Ja, äh, eigentlich sind wir nicht bei Level 3, sondern wir sind bei Level 4, ähm, ja, kann das sein, dass er nicht gespeichert hat beim letzten Mal, ja, das ist ja nicht so toll, da müssen wir das Ganze nochmal durchleben, verdammt, ich düse mal, ja, ich dachte, doch ein bisschen gruselig. Ich dachte, ich, ähm, ja, ich dachte, ich, äh, starte schon mal die Aufnahme, aber anscheinend, ähm, ja, das ist jetzt blöd, ich weiß nicht, ob ich das in der Aufnahme drin lasse oder ob ich das rausschneide, aber hallo erstmal, willkommen zu Coldside, schön, dass ihr eingeschaltet habt, ähm, hier auf YouTube und, ähm, ja, ich bin in einer neuen Aufnahmesession, ihr seht's, ich versuche jetzt gerade mal mich hier so, ja, ich lese das jetzt, ich, klick das mal an, ich habe jetzt eine längere Aufnahmepause gehabt, ähm, ich versuche ihn jetzt mal durchzuprügeln, hier so schnell wie möglich, wie es geht. So, hier haben wir ja das Problem mit der Kiste. Das ist natürlich jetzt ärgerlich, dass wir jetzt hier, Gut, aber im Prinzip wissen wir ja es. Äh, Hua. Hua. Noch ein bisschen. Alter. Hö, wo muss ich hin? Hua. Noch ein bisschen gruselig hier in der Karte kommen. Wir waren schon bei Escape. Kapitel 4 Escape. Das ist jetzt ärgerlich. Das ist ja, hua, hua. Hu, ich sollte vielleicht nicht so schnell sein. Das Spiel kommt gar nicht hinterher. Oh Gott, ähm, was wollen die gesagt haben? Ja, das ist natürlich jetzt ärgerlich, dass jetzt, ähm, er nicht gesp... Run, 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 run. Steh auf. Er steht nicht auf. Warum steht er nicht mehr auf? Er steht nicht mehr auf. Jetzt steht er auf. Okay. Ich weiß ja gar nicht, wie lang das Kapitel war. Was kam denn alles noch? Ach, der Keller kommt ja auch noch. Ah, dann können wir das nochmal ausprobieren mit dem, mit dem Wasser. Ich wollte doch, äh, nicht auf dem LKW gesprungen sein. Ich wollte doch weitergesprungen sein. Oder beziehungsweise weitergehen. Das können wir jetzt nochmal machen. Ah, wie cool. Einerseits. Einerseits, einerseits natürlich, äh, ärgerlich. Andererseits natürlich, äh, vielleicht gar nicht mehr so schlecht. Kann man nochmal gucken ein bisschen. So. Ähm, was wollte ich gesagt haben? Da ist schon das Wasser. Guck mal, das geht doch relativ zügig. Äh, vielleicht lasse ich das auch drin mal gucken. Als Bonus so obendrauf on top. Ähm, was wollte ich gesagt haben? Ja, ähm, eventuell, nachdem hier Coldside zu Ende sein wird, ist, wie auch immer, wird es wahrscheinlich dann irgendwann wieder ein neues Let's Play geben. Ich weiß noch nicht was. Ich hab im Stream mal kurz angeteasert, was es sein könnte. Vielleicht so ein Storygame. Und, ähm, ja. Okay, hier scheint es nicht weiter. Ich glaub nicht, dass wir da raufkommen, oder? Nein, das hab ich mir gedacht. Ähm, eventuell so ein Storygame. Ich will mich aber auch noch überlegen, ob ich das mache, oder was anderes. Mal gucken. Refresh muss ich heute auch noch aufnehmen. Ich nehm das heute am Dienstag auf. Und, ähm, ja. So. Blöd, dass wir das jetzt nochmal sehen müssen. Ich weiß. Aber so ist es nun mal. Hier ist Let's Play auf jeden Fall, ja, das Let's Play. Man kann sagen, ungeschnitten. Und ungefiltert. Also, Uncut kann man quasi sagen. Ja? Das ist hier das Uncut-Let's Play, ja? Ich bin hier nicht so wie scheinheilige andere YouTuber, die hier Sachen rausschneiden, oder so. Oder Twitch-Streamer. Ich zieh das durch. Mir ist scheißegal. Und wenn ich da, keine Ahnung, tausendmal das spielen muss. So, hier müssen wir ganz schnell runter, weil das Auto gleich runterfällt. Irgendwo konnte ich durchs Geländer gehen, ne? Hier. Oh! Ja. Das war's dann wohl mit Wurm. Ja, run, 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 run. Ich runne. Okay. So. Gut. Weiter im Text. War das jetzt nicht so, dass jetzt, glaube ich... Was kam denn jetzt nochmal alles? Oh, doch. Trotzdem ein bisschen gruselig, ne? Ach, der nimmt uns jetzt, glaube ich, mit, ne? In diesem... In sein Nest oder so, dieser Wurm, ne? Ja, stimmt. Ich entsinne mich. Oh, mein Gott. Hallo. Bin dann mal weg. Ciao. War ich nicht. Genau, hier bin ich grandios runtergefallen. Diesmal nicht. Diesmal passiert's mir nicht. Kommt mir vor, als wär's gestern gewesen. Dabei ist es schon fast ne Woche her. So. Ich hab nochmal ein bisschen an der Aufnahmequalität geschraubt. Weil teilweise doch das Bild sehr, sehr... Nicht flüssig, nicht sauber war. Und ich nicht ganz zufrieden war damit. Deswegen hab ich jetzt nochmal ein bisschen was anderes gemacht. Mal gucken. Vielleicht ist es jetzt doch ein bisschen besser sogar. Ja, ja. Ist ja gut. Hopp, der hat einfach... Hopp, der hat einfach ne Fackel an, weißt du? Als ob die nicht blind wären. Äh, wo muss ich denn langen? Das wär aber beim ersten Mal nicht passiert. Hö. Aber anscheinend sind die blind, oder? Blinde Würmer. Ich würd gern aufstellen und rennen, aber ich hab Angst, dass die dann kommen. Weil so ein Wurm ist ja... Nicht grad langsam, ne? Ja gut, außer es ist ein Regenwurm. Oder keine Ahnung. Go! Ich seh nix. Ach, das Floß. Ja, das Floß. Juhu. Tschüss. Das Floß ist einfach irgendwie... Irgendwie durch. Ich frag mich, was passiert, wenn wir einfach weiter floßen. Wenn wir mit dem Floß einfach weiterziehen. Weil wir müssen ja hier anscheinend abspringen. Ich probier's mal, weil es hält ja nicht an. Äh, ja gut, okay. Ich hab's mir anders überlegt. Hä? Achso. Wenn wir ins Wasser fallen, sterben wir. Wir können nicht schwimmen. Wir sind, äh... Wir haben kein Seepferdchen gemacht in der Schule. Das ist... Achso, da kommen dann also Spikes, ja? Gut, haben wir das auch gesehen. Man muss das ja alles mal ausprobieren. So. Okay. So, jetzt aber. Da müssen wir hin. Geradimo! Gut. Äh. Hallo? Ich bin in der Kiste. Hä? Okay. Vielleicht bin ich auch einfach... Vielleicht bin ich auch einfach zu schnell fürs Spiel aktuell. Gut. Okay. Das hatten wir alle schon gelesen. Ja, 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 ja. 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 Ach, ja, stimmt. Der kam ja auch noch. Da war ja was. Hört sich an wie ein Pferd. Klick, 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 klick. Oh Gott, der wieder. Geh bloß weg, lass mich. Wieso spiele ich sowas alleine? Bin doch verrückt. Mr. Krabs, bist du's? Können wir nicht gleich die... Ach, das war ja auch noch. Huah! Der kam doch jetzt, ne? Ich wollte gerade sagen. Hallo! Na du? Stimmt, die konnten ja nicht ins Licht, ne? Das war doch so, glaube ich, oder? Okay, ja dann, Attacke! Hu, ha, hu, ha, hu, ha, hu. Der ist hinter uns. Schon wieder. Wieder einmal aus. Trotzdem gruselig, obwohl man es kennt. Gott sei Dank. Habe ich beim letzten Mal, glaube ich, schon gesagt, dass er keine Kisten klettern kann. Das ist schon mal sehr gut. So. Und wie unfassbar gut das aussieht. So, dann wollen wir mal. Hiernach war es, glaube ich, nicht mehr so weit. Wenn ich mich recht entsinne. So, ich düse mal. Kann mich, wie der hinkommt. Der war doch gerade noch da in dieser dunklen Ecke. Ah, den habe ich jetzt gar nicht mehr dran gedacht. Gott, ich habe mich ein bisschen erschrocken. Also, ich hatte den wohl noch im Hinterkopf, aber, äh, mein Körper so, äh. Okay, aber ich weiß, dass ich auf jeden Fall nicht an diese blöden Müllcontainer drangehen werde. Das ist... Oh Gott, das hat mich jetzt noch ein bisschen mitgerissen. Huh. So. Gut. Die Müllcontainer lassen wir aus. Ich dachte ja mal, dass man sich da, äh, vielleicht verstecken kann. Oh, warte mal. Hier gab es noch irgendwo... Irgendwo gab es eine Szene, wo ich so mega erschrocken worden bin. Speedrun jetzt hier. Ah, wo doch so ein scheiß Vieh wieder kam mit diesem riesen Mund so. Wow. Da war der Typ drin. Das weiß ich. Okay. Ich sollte nicht vorm Stream essen. Alter, der ist schon wieder. Ein Fass. Hui. Genau, jetzt kriegen wir die Crowbar und gleich kommt der, glaube ich, ne? Kam der nicht gleich irgendwo? Dieses Riesengesicht, war das nicht hier? Ich meine, der kam jetzt gleich. Hier. Nee. Dann kommt er hier. Hier kommt er jetzt. Oder? Nein. Geh weg. Wo kam der denn? Hier war das. Nein. Oder kam der hier gar nicht? Doch, hier. Hier. Der ist schon eklig, muss man sagen, ne? Habe ich ja in der, was war das, zweite Folge, dritte Folge oder so gesagt? Grave Encounters, großartiger Film. Kann ich auch nur wärmstens empfehlen. Grave Encounters ist quasi Film, aber basierend auf quasi, man kann sagen, auf Ghost Adventures. Also richtig, richtig, richtig gut. Was war das denn? Das habe ich beim letzten Mal gar nicht gesehen. Oh, wie creepy. Was war das denn bitte? Rief da der Mönch? Wer läuft denn da? Ich muss hier schleunen, die ist weg. Was kam denn jetzt noch alles? Und jede Menge Zementsäcke. Ah ja, wir wurden ja festgenommen, ne? Ich glaube, so war es. Okay. Guck mal, die Passage habe ich jetzt in der Viertelstunde durchgespielt. Das Monster war auf jeden Fall dein Käfig. So, jetzt aber. Ganz vergessen, die ganzen Sachen wegzumachen. Wir sind ja nicht im Stream, ne? Ja, da haben wir beim letzten Mal aufgehört. Genau. Level 4 Escape. Genau. Wir wurden quasi gefangen genommen. Äh. Was liegt denn da drin? Was ist das denn? Ich weiß nicht, was es sein soll. Ne Kackwurst ist es, glaube ich, nicht. Oh, hier war auch schon jemand gewesen. Na, auch schön. Hallo? Hallo? Ja, dann würde ich sagen, dann warten wir einfach auf den Tal. Hier gibt es noch immer so ein Fenster. Oh, ich muss mal einen Übersetzer holen, ne? Falls wir gleich wieder was lesen. Ähm. Dass ich es mal eben schnell übersetzen kann gleich. So. Hallo? Hi. Talk to Oliver. He tell you everything. Ich bin Morgan. Also, sprech mit Oliver. Er kann dir alles sagen. Okay, mach ich. BTF? Aber wer ist denn Oliver? Wir müssen ja immer noch Oliver suchen. Hä? Hat der Brüste? Was mit dem? Oliver. Hi, Chris. Äh. Wir haben nicht viel Zeit. Äh. Frag deine Fragen. Äh. Oliver, was ist hier los? Äh. Ich verstehe nichts davon. Äh. Who is this with you? Was, was, was ist, wie, 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 wie mit dir? Äh. Was ist das für ein Ort? Äh. It's a zone where the anomalienobjekt are kippt in, it's an underground complex. Okay. Also, diese Zone, äh, ist ein Anomalieobjekt. Äh. Muss ich nochmal eben schnell übersetzen. Warte mal. Äh. Ja. Übersetzen wir das mal bitte. Nein. Das war falsch. Nein. Hallo? Ach, der hat das wieder, der hat das wieder umgestellt, ne? So rum, bitte. Ähm. Zone ist die Anomalie, warte mal, muss ich das nochmal neu machen. Entschuldigung. So, jetzt aber. So. Äh. Dies ist eine Zone, in der Anomalieobjekte aufbewahrt wären. Ach so. Ah, okay. Ähm. So. Was ist das für ein Ort? Wer ist das bei dir? Habe ich das gefragt jetzt? Ach so. Ähm. Das ist morgen. Er ist einer der Rebellen, der die Stiftung infiltriert haben. Hier wegen der, was, was? Äh. Informationen über die Rebellen benötigen, weil wir die Informationen der Rebellen benötigen. So. Versuchen wir gerade hier das andere noch zu übersetzen. Ach, das blöde Licht immer von dem... So, jetzt aber. Das kann ich jetzt auch übersetzen. Das ist doch Oliver, den wir die ganze Zeit gesucht haben, hä? War doch so. Äh. Ich bin ein Mitglied der Rebellen. Wir haben die Stiftung der Organisation infiltriert, die anormalen Objekte untersucht. Das Ziel unserer Gruppe ist, wertvolle Informationen auf den Server der Stiftung zu erhalten. Die Informationen beziehen sich auf die Einrichtungen, zu untersuchende Objekte und viele andere Dinge. Die Infiltration dauert ungefähr fünf Jahre. Am Ende lief etwas nicht wie geplant. Hm. Wer brachte mich da in diese Sache rein? So. Äh. Jetzt gibt es viel zu lesen, viel nachzuholen. Äh. Hören Sie, die Stiftung stellt eine große Gefahr für die ganze Welt dar. Sie wollen mal militärischen Konflikten an normalen Objekte verwenden. Wir können es nicht zulassen. Diese Stiftung muss zerstört werden. Nehmen Sie die Festplatte, schleichen Sie hier in den Serverraum der Stiftung und laden Sie wertvolle Informationen herunter und geben Sie an die Rebellen zurück. Morgen wird dir helfen. Fahren Sie durch das Tor B ab. Äh. Dort wartet ein Hubschrauber auf Sie. Es gibt noch eine Sache. Hier sind die Koordinaten der temporellen Rebellionbasis. Hm. Warum hast du mir jetzt nicht vorher alles erzählt über diese Sache? Tschüss, Oliver. Mom. Das ist morgen. Und nein, es ist nicht morgen Freeman. Huch, wo ist er hin? Kommen wir rein? Nö. Wo ist denn morgen hin? Ich dachte, der hilft mir. No way. Ich gehe da keinen Weg. Ich gehe da nicht lang. Ja, wo ist denn morgen jetzt? Morgen. Freeman. Ja, wo ist er denn jetzt hin? Hallo? Was muss ich denn? Gehe ich wieder in meine Zelle? Okay, ich gehe wieder einfach in meine Zelle. Was? Was ist denn jetzt Phase? Er hat da geballert und tralala und pipapo? Oliver, was ist los? Was muss ich denn jetzt tun? Muss ich jemanden anrufen? 50-50 Joker. Notknopf drücken. Karte 2. Habe ich nicht. Hat der vielleicht irgendwas bei sich? Nein. Oliver, rede mit mir. Rede verdammt nochmal mit mir. Du komische Brust. Der sieht aus, der hat eine Brust, ne? Also, mein klar, aber so weibliche Brust halt. Was ist denn hier? Hallo? Ich habe auch keine Taschenlampe oder so. No way, I'm not going there. Okay. Aber wo geht der dann hin? Müssen wir die Klospülung betätigen, dass wir hier rauskommen? Oder hier? Was ist denn da drin? Ich frage mich, was da drin ist. Sieht aus wie eine Figur oder so. Kann ich mich unter das Bett verkriechen? Hier fühle ich mich sicher. Ich mache einfach die Tür zu. Hier wird mich niemand finden. Ja. Ich weiß ja, ob er uns die Karte hätte geben müssen. Ich habe nichts bekommen. Ich glaube, ich bin da wenig überfragt. Weil viel können wir hier nicht machen. Oh, warte mal. Das ist aber Level... Wieso können wir mit einer Level-3-Karte Level-2 öffnen? Ich frage es gar nicht. Äh, und was macht der Wurm schon wieder hier? Oh. 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 A Secret found. Mal gucken, ob wir am Ende sehen werden, wie viele Secrets wir gefunden haben. Fünf. Geht nicht. Falsche Karte. Oh. Tja, müssen wir Oliver zurücklassen. Unser Lost Place-Freund. Vor allem, die Geschichte fing ja an mit, ey, ich habe diesen Lost Place gefunden. Warum lockt er ihn denn dann hin? Diese Tür sollte bestimmt geschlossen bleiben, so wie die aussieht. Alter, sieht das gut aus. Holy fuck. Ich wünsche mir mehr mit der Cry-Engine-Spiele. Habe ich ja, glaube ich, schon mal gesagt, ne? Also da hat sich einer richtig Mühe gegeben. Und ganz ehrlich, ich habe es ja im Angebot gut für vier Euro, aber was normalerweise sieben Euro kostet. Also, hat sich definitiv gelohnt. Was kommt denn jetzt? Wer das war kontaminiert? Oder dekontaminiert? Diese Schleuse hat doch einen gewissen Grund, oder? Oh Gott, ist das ein Labyrinth? Ich gucke gerade ein bisschen vor wie bei Alien. Oh Gott, diese Musik. Nein, bitte kein Wurm. Lass mich. Da war schon wieder der Mönch. Der Mönch mit der Peitsche. Von Edgar Valatze. Lass mich. Ich gehe ins Büro. Hier wirst du mich niemals finden. Oh, a secret found. Juhu. Ich dachte, wir finden eine Schlüsselkarte. Eine neue. Ja, das ist gute Papier. Das gute Papier. Wer kennt es nicht? Das gute A4 Papier. So, my question. Müssen wir an den Computer? Nein. Was? Vor allem, wer soll denn da sitzen? Da kannst du auf der anderen Seite gar nicht dran sitzen, weil es so eng ist. So, wo müssen wir hin? Hör auf, rumzupst. Ich mache auch gleich mal psst. Ich psst gleich mal mit. Dieses billige psst. Dieses billige psst machen. Da mache ich gleich mal mit. Okay. Ich bin dann mal weg. Ciao. Ich mache lieber mal vorsichtshalber einfach mal die Tür zu. Warte mal. Hier kommen wir auch lang. Wo geht es denn hier hin? Ich bin neugierig. Neugier hat schon jeden umgebracht. Also ich weiß nicht, was es sein soll. Es sieht aus wie ein riesen Whirlpool oder so. Oh. Ähm. Ja, baden. Ja. 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 Errungenschaft freigeschaltet. Bad memories. Man hatte einen Zug gehört und man hat Kinder. Kinderlachen gehört und ein Unfall. Okay. Scheint ein Portal zu sein, das hier, ne? Aber ich finde die Idee super. Mit den Anomalien und diesen... Und diesen Dings. Ich finde die Idee gar nicht mal so schlecht. Wie gesagt, ist natürlich ein bisschen cringy, das Game. Ja, aber... Dafür ist es echt gut gemacht. was der junge Mann ist. Ja. Hallo. Rebellenkräfte greifen uns an. Diese Idioten öffnen die Kammer mit anormalen Gegenständen. Und das könnte nur eins bedeuten. Jemand hat Zugriff auf das Bedienfeld. Ich bin mir ziemlich sicher, dass er, äh, dass es einer von uns war. Ja, wer soll es sonst sein? Ich glaube nicht, dass James Bond hier war, um die Sache zu klären und zu lösen. Oh, eine Kiste. Kann ich sie öffnen? Nein. Gut. Hehehehehehehe Oh.